Na alle zusammen, mich hier ist wieder heute Schlamm, schau euch wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Openings-Video präsentieren. Wir sind einmal wieder hier in der Garnison unterwegs und zwar beim Wiederverherstellungsgebäude. Und da möchte ich jetzt insgesamt 20 von diesen Kisten aufmachen. Große Kiste mit Bergungsgut schimpfen sich die. Da können alle möglichen T-Mock-Sachen drin sein. Und ihr seht, mit dem Shami brauche ich da noch ein wenig Zeug raus. Warte mal, ich stelle hier vielleicht den Loot-Spec, wobei der ist schon auf Wiederherstellung. Gut, das passt eigentlich um. Und ja, mal gucken, ob ich eins von diesen Teilen rauskriege. Fünf sind es wie gesagt. Chat habe ich hier schon offen. Und jetzt hoffen wir mal, dass ich ein wenig Glück habe. Uh, schauen wir mal an, wir haben das Schild bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt kann ich hier eigentlich umstellen auf Ele, oder? Ach ne, das ist sogar beides. Es ist vollkommen egal, ob ich Ele oder Ding bin. Bloß Enhancer darf ich nicht sein für das eine Item. Ne, jetzt habe ich hier quasi noch eine Faustwaffe, die halt auf, ähm, nur auf Int gerollt ist. Und wenn ich Enhancer wäre, dann könnte ich das zumindest nicht kriegen. Guck mal, ich brauche halt jetzt hier unter anderem noch einen Gürtel, Füße, die eine Einhandwaffe und dann halt noch Schultern. Aber ich kriege halt jetzt hier die ganze Pflanzen raus. Die brauche ich nicht. So ein zweites Item wäre ganz nice, wenn wir es kriegen würden. Hm. Hm. Ich glaube, es sieht schlecht aus. Rüstungsteile haben wir auch ein bisschen was. Dann kann ich meine Follower, ähm, mit bisschen erhöhen, ne? Dass die mehr Item-Level haben. Was haben wir hier? Ah, ich habe eine Faustwaffe gekriegt, aber die falsche? Wait. Klaue heißt die? Und was habe ich da gekriegt? Schlitze. Ah, schau mal an. Schau mal an. Gibt anscheinend wieder zwei von den Faustwaffen, ne? Das war beim Schurken auch schon so. Die sahen auch gleich aus beim Rogue. Bloß waren es halt dann zwei Dolche und die hießen halt ein bisschen anders. Gut, schade. Aber ein Item haben wir zumindest wieder bekommen. Und ja. Wenn ihr Bock habt, beim nächsten Mal werden wir wieder 20 Kisten aufmachen. Bis dahin. Euer Tula. Ciao. Ciao. Vielen Dank.